Nietzsche war einer der ersten in der Neuzeit, der sich mit den Werten an sich beschäftigte und eindrucksvoll in seinem Zarathustra niederschrieb. Er erkannte, dass Lügen heute Wahrheiten sind und die niederträchtigsten unter uns die angesehensten. Wie Marx wollte auch Nietzsche dem Menschen die Augen für die falschen Werte öffnen. Nahezu beide kamen zu der gleichen Schlussfolgerung, dass der Ursprung viele Jahrtausende und auch in den Religionen zu suchen ist. Doch mit der puren Forderung, wie Nietzsche sie formulierte, Umwertung der Werte ist keine neue Welt zu schaffen und schon gar keine neue Wertegesellschaft. Marx formulierte es radikaler. Er verlangte die Aufgabe von privaten Eigentum an Natur und Rohstoffen und erfand dazu einen Staat, der es verwaltete mit Recht, Gesetz und Rechtsordnung. Beide sahen das Pfand für die Entstehung von Geld nicht. Sie erkannten nicht den Ursprung und die Rechtfertigung für unsere falsche Wertegesellschaft. Sie wussten nur, dass sie falsch war. Diese zwei großen Vordenker der Menschen vergasen in ihrem Siegestaumel gänzlich zu analysieren, was eigentlich Eigentum an Land, Natur und Produktionsgütern tatsächlich zu werten macht. Religionen waren nur die Wegbereiter zur Akzeptanz innerhalb einer Gesellschaft, die noch wahre Werte als Wert ansah. Das Übel der falschen Werte liegt nicht in der Verwaltung von Geld und der Macht, Geld entstehen zu lassen, sondern es ist das Pfand, das Geld für seine Entstehung einfordert. Zins und Zinseszins sind kleine Denkaufgaben für kleine Hirne, um sie zu verwirren und abzulenken. Der Jesuspfennig ist ein Bildnis, um auch das kleinste Hirn nicht aus dem System zu entlassen. Das Pfand für die Geldentstehung ist das wahre Übel unserer Wertegesellschaft, das Schlechtes zum Guten macht und vom ewigen Kampf zwischen Gut und Böse lebt, Ausbeutung belohnt und ehrliche Arbeit als minderwertig abstempelt. Mit leistungsgedecktem Geld gibt es nicht mehr Gut und nicht mehr Böse, es gibt nur noch Nützlich. Unnützes wird gar nicht gedacht, es ist reinste Verschwendung. Im Grunde vergessen wir alle im Nebel der heutigen Finanzmarktinstrumente wie Schuldscheine, Kredite, Zinsen, Zinses, Zins, Fonds, dass trotz all dieser Instrumente für jedes neue Geld, das in den Markt kommt, Schulden aufgenommen werden müssen und ein Pfand dafür hinterlegt werden muss. Mag Schlussfolgerungen, dass das Eigentum das Übel für all das ist, mag in weiterer Hinsicht richtig sein, aber Zwangsenteignung unter dem gleichen Geldsystem, das trotzdem Eigentum als Pfand für neues Geld verlangt, ist keine Lösung. Es ist nur eine steifere Lage für den entfesselten Kapitalismus, den wir heute haben. Menschen wurden erstmals als Humankapital entdeckt. Und es wurden Muster entwickelt, wie der Mensch vom System zu bilden und zu formen war. Damit will ich Marx keine Bösmültigkeit unterstellen, aber wer nur reformiert und all das bestehen lässt, bestraft sich nicht, sondern die Menschheit. Unsere modernen Staaten und Demokratien funktionieren in der Humankapitalverwaltung wie die Staaten im Kommunismus. Es gibt keine großen Unterschiede zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Unterschiede sind nur für diejenigen zu erkennen, die mit ihrem Flachhörn den alten Phrasen der nichtigen und ausbeuterischen Glauben schenken oder gar von ihnen ausgebildet sind. Aber die Niederträchtigen und Nutzlosesten, die wir heute besonders achten und in Ehren halten, mit Denkmälern überschütten, wissen ganz genau, was ich meine. Und sie verstehen mich sehr, sehr gut. Der Gedanke einer neuen Geldentstehung, der Gedanke eines leistungsgedeckten Geldes, ist ihr größter Feind. Sie wissen, dass das ihr Untergang ist. Sie werden aber alles daran setzen, dass der kleine Mensch mit seiner kleinen Moral und seiner Bildung dies nie erfassen wird. Sein Hirn ist dafür nicht trainiert. Er kann nur in vorgegebenen Mustern denken. Alles Fremde und Neue ist ihm zuwider. Wissenschaften beweisen alles auf der Grundlage des heutigen Geldentstehungssystems. Sie beweisen Unrecht als Recht, auch in der Soziologie. Wir stehen an einem Scheideweg wie damals in der Renaissance. Und sie werden versuchen, einen zu schicken, der spaltet, Blut vergießt und das alte System weiter erhält. Wie Luther. Aus diesem Grunde kommen Menschen auch auf die Idee, Geldmittel für jeden Menschen zu verlangen, damit der Mensch sich die lebensnotwendigen Dinge selber kaufen kann. Noch nie kam einer auf die Idee, Menschenrechte in Form von Anspruch auf Nutter. In Form von Anspruch auf Naturalien, Unterkunft und Energie zu fordern. Heute gibt es ein Menschenrecht auf sauberes Wasser. Für moderne Menschen ist nicht vorstellbar, dass sie irgendwann nichts mehr für ihr Geld kaufen können. Sie glauben, dass sie mit Geld alles kaufen können, sie müssen nur fleißig genug sein, gebildet genug sein oder gefügig genug sein, damit sie Geld verdienen. Welch ein Irrglaube. Wer heute noch daran glaubt, dass Geld gegen Sicherheiten auf Eigentum entstehen muss, hat die wahren Werte der Menschheit und den wahren Sinn des Lebens nicht verstanden. Er ist das erzogene Flachhorn unserer niederträchtigen und rachsüchtigen Horschern. Die Geldentstehung gegen Pfand auf Erde, Natur und Rohstoffe erzeugt erst die Abhängigkeitsverhältnisse, die heute immer mehr ausufern. Ganze Staaten verkaufen und verpachten Land an andere Staaten und überlassen die Bevölkerung der Solidarität, die gar nicht existiert. Daher ist Leistung selber nie ein Wert gewesen und wird es auch nie sein, wenn wir das Pfand für das Geld nicht ändern. Das ist die Renaissance, die wir zu bewältigen haben. Leistung war immer schon ein Beiwerk, eine sich stetig vermehrenden und immer abhängiger werdenden Menschenmasse, die sich selber mit immer weniger werdenden Mitteln in einem Staat selbst versorgt. Nach der Vorlage des Kommunismus. Und für Geld immer mehr Eigentum hergibt. Es kommt sozusagen zu einem freiwilligen Kommunismus als Folge dieser Geldentstehung. Marx wird als privater Staat umgesetzt. Die einzelnen wirtschaftlichen Instrumente und diplomatischen Glimmzüge möchte ich hier jetzt nicht genauer erläutern. Es resultiert alles nur auf Niederträchtigkeit. Heute greift die Enteignungswelle oder nennen wir es Finanzkrise in den oberen Kreisen unserer Elite um sich. Viele müssen schmerzlich erfahren, dass Niederträchtigkeit nicht ewig währt. Eine weitere Chance für die Masse der Menschen, endlich Gerechtigkeit durch eine neue Geldentstehung zu fordern und darauf eine neue gerechte Wertegesellschaft zu errichten. Ich neige dazu, dass es bei diesem leistungsgedeckten Geld bleiben soll, als Boulevard gegen die Niederträchtigkeit, die immer noch in vielen der etwaigen Befürworter verhorcht. Kampflos und ohne Niedertracht werden sie ihre Wertegesellschaft mit der Niederträchtigkeit nicht aufgeben. Das sollte uns klar sein. Sie werden uns mit Raffinesse, Diplomatie entgegnen und uns damit Rechte und Werte wieder abspenstig machen. Wir brauchen keine Führer, die sich durch Dekadenz und Luxus über die Bevölkerung erheben. Mit leistungsgedecktem Geld ist das nicht notwendig. Wenn wir die Umwertung der Werte schaffen und leistungsgedecktes Geld einführen, also Geld gegen die freie billige Leistung eines Menschen entstehen lassen, wird niemand seines Eigentums an Natur und Rohstoffen enteignet. Sondern er kann seinen Besitz nicht mehr für Geld hinterlegen. Es ist wertlos und unverkaufbar. All die Rockefellers und Geachteten wären mit einem Schlag Menschen wie diejenigen, die sie vorher beherrschten, bevormundeten und ausbeuteten. Ein Manager könnte seine Tätigkeit für die Ausbeuter nicht mehr anbieten. Es gäbe keine Abnehmer mehr. Ausbeutung und Ausnutzung ist kein Maßstab mehr für Achtung und schon gar kein Grund, neues Geld entstehen zu lassen. Das schwierigste im Verständnis des leistungsgedeckten Geldes besteht darin, zu verstehen, dass Leistung, Rohstoffe, Natur und Land benötigt, um zu produzieren. Wenn Land, Natur und Rohstoffe nicht mehr zur Geldentstehung dienen und für diese wertlos sind, muss der Mensch in einer wahren Bedarfsdemokratie sie verwalten und verteilen, wie er heute den Sozialstaat verwaltet. Es aber nicht schafft aus Geldmangel. Hinzu kommt, dass durch leistungsgedecktes Geld endlich Maschinen für die Menschen arbeiten würden. Das hat die Menschheit bis heute noch nicht geschafft. Wir führen einen Krieg gegen die Maschinen und sind doch nur nutzloses, kostenintensives Humankapital, das konsumieren soll, bis die Enteignung der Welt perfekt ist. Sozialsysteme sind heute nichts anderes als wundervolle Konsumprogramme zur Enteignung. Siehe Hartz IV Man muss auch weiterhin berücksichtigen, dass viel Ressourcenverschwendung in der heutigen Produktion betrieben wird, weil nur Produkte für den Geldmarkt produziert werden, aber der Menschheit keinen Nutzen bringen. Bei einem leistungsgedeckten Geld ist diese Verschwendung nicht notwendig. Eine Gesellschaft ist ohne Geldzwang bzw. Hunger niemals bereit, ihre eigene Umwelt zu zerstören oder Energie aus Atomkraftwerken zu gewinnen, die Müll für 100.000 Jahre produziert. Für diejenigen, die von der Golddeckung träumen, möchte ich bemerken, dass auch kein Mensch freiwillig und ohne Geldzwang bzw. Hunger in 3000 Meter Tiefe sich durch die Erde wüht und Gold nach oben befordert. Eine Golddeckung ist nichts anderes als ein falscher Wert für Geld und die Idee von Niederträchtigen und Ausbeutern. Wer leistungsgedecktes Geld verstehen will, muss all seine heutigen Werte abstreifen, für unwahr und falsch anerkennen. Im Zuge der Finanzkrise schien das vielen etwas leichter zu fallen. Eine Menge Menschen ist in der Zwischenzeit aufgefallen, dass wahre Leistung nichts wert ist. Sie wird verlacht und angeblich von Ungebilden ausgeübt. Leistung ist in der heutigen Zeit nur mit der höchsten Bildung in der höchsten Stufe der Wertegesellschaft möglich. Je höher der Eigentumswert der Leistung am Humankapital ist, desto höher ist die Entlohnung. Verlangen aus diesem Grund die Politiker immer mehr Geldmittel von uns, weil sie sich nicht genug gewertschätzt sehen? Diese Art von Enteignung vollführt sich wesentlich langsamer als im Kommunismus durch Marx. Deshalb fällt es den wenigsten auf, denn sie halten ein kleines Ersatzspielzeug, das Geld, das in Wahrheit nur anonyme Schuldscheine darstellt und von keiner Bank der Welt gegen wirkliche Werte wie Nahrung eingetauscht werden muss. Wer diese Wahrheit einmal sieht, wundert sich über das geschäftige Treiben der Menschen, sich selbst zu enteignen und weint über der Tatsache, dass es mit dieser Geldentstehung nur eine Abwehrmöglichkeit gibt, sich so langsam wie möglich enteignen zu lassen. Die einen versuchen es mit Autarkie, die anderen mit Konsumverweigerung. Doch die Niederträchtigen waren nicht dumm. Sie verlangen Steuern für Eigentum. Und damit wird jede Autarkie sinnlos. Jeder muss sich am System beteiligen, damit er Systemgeld erarbeitet, mit dem er seine Steuern bezahlt. Oder Energie. Am Ende bleibt nur der Verkauf des kleinen eigenen Eigentums, um den Hunger des Systems zu stillen. Oder seinen eigenen Hunger. Das wurde auch in den Hartz-IV-Gesetzen so niedergeschrieben. Reformen bringen nichts. Wir brauchen eine neue Geldentstehung, damit die Menschen nicht weiterhin sich zum Vergnügen und Vermögen der wenigen Eigentümer dieser Erde zerfleischen und bekriegen müssen. Es bringt aber auch nichts, alles umzuverteilen. Es ändert immer gleich, wenn die Geldentstehung nicht geändert wird und damit die Umwertung der Werte nicht stattfindet.